Herzlich willkommen zurück in The Forest. Wir haben jetzt einen Tag. Wir haben jetzt eine Runde geschlafen. Damit wir nicht in die Nacht gehen müssen. Umlaufen. Und es windet rechts. Und der Swiss Kumpel hier zieht das rum. Das kann ich auch. Es geht so blöd wie so ein Stock. Egal. Ja, was machen wir jetzt? Oh, du, du hörst jetzt gerade ein bisschen komisch bei mir. Schon? Ja. Keine Ahnung. Ich stehe in die Augen. Besser? Nein, es tut noch. Was, es tut noch? Wie soll ich sagen? Irgendwie wie eine Störung oder so. Hä? Das kommt vielleicht auch im TS. Ja, das könnte auch schon im TS liegen. Ah, jetzt bist du auch wieder normal. Ja, gut. Gut. Ähm. Ich würde sagen, wir laufen ein bisschen über die Inseln. Ja, voll. Auf dem Strandfinger wäre es noch gut, wenn man noch so Schildkröte einsammeln könnte. Ja. Ja. Du Sleitest da bei mir. Du hast gar keine Laufanimation mehr. Ja, du hast doch gleich. Ja. 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 Das ist neu. Ja. Ja. Ja, weil die auch schwer ist. Nein. Ich sammle einfach alles ein, was auf dem Weg ist. Ja. Ich bin so gut wie voll. Oh, mein Fokufleisch. Oh, shit. Das klingt bei mir schon rot an, wenn ich mit dem Maus drübergehe. Tja. Schon vergammelt. Ja, scheisse. Die Kogeln von mir getötet. Nein, ich habe noch. Meine gehen noch. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, dass wir das Wasser aufkochen könnten. Nein, wir laufen jetzt nicht richtig raus. Wir laufen jetzt vom Haus weg. Ja. Du, kann man da irgendwie schauen, was für die Bäre ich noch fressen kann? Ich glaube, die dunkelblaue kannst du fressen. Aber die hellblaue, nein. Also... Nein, ich sehe es nicht. Ja, ich merke es dir schon, wenn ihr von hier rumkommt. Ja. Oh. Jetzt habe ich da für dich wieder... Oh, Bambi! Jetzt habe ich da für dich wieder verloren. Ah, da vorne bist du. Ich weiss, ich habe eh die Tür-Säcke. Du brauchst eben Pfeilbogen. Dann hast du wieder etwas zu essen. Ja. Mein Lord sollte mal essen. Der ist bald... So cool jetzt. Schon wieder das Dorf. Was waren wir da schon? Nein, aber da ist noch... Okay. Wow, das ist sehr hart. Ha! Du musst dich jetzt mal ansehen. Das ist sehr hart. Ah, da kannst du Arme mitnehmen, das ist auch gut. Fein. Ja, kannst du für Knochen brauchen. Nein, da waren wir noch nicht, da ist noch alles. Heile. Nicht lautet. Das ist eine Spinnele. Wo? Da vor dir. Ich sehe keine. Doch hier, hier ist einer. Wo? Da, hier. Ich sehe nichts. Wow, geil. Eigentlich mit ihm Geld zu machen, das bringt uns hier ja Schissdreck. Oh, der sieht auch gesund aus hier. Nicht mal so lange tot. Huch! Ich habe schon mal geschossen. Hoi. Oh, oh, oh. Ah, so da. Ich habe noch ein wenig Arme. Heiß. Oh, du hast jetzt wieder Soda drin, das ist gut. Wow, du hast noch vier Dynamite. Das ist verdammt. Das ist verdammt. So, jetzt trinken habe ich genug. Was hast du kennst? Ich hatte keinen Platz mehr. Ich habe erst eins getrunken, weil ich eh Durst hatte. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Oh Gott, fährt der. So. Laufen wir in die Richtung. Zum E-Coveren. Hoi. Das sehen wir gut. Und Medizin. Nein, ich weiß, ich habe keine Medizin mehr. Nicht ein Lecker. Ah, da hat es eine See. Schau jetzt. Die Pfanne nehmen. Huh? Hä? Was war das Geräusch? Ja, ich habe die Pfanne mit Wasser gefüllt. Ich habe die Pfanne mit Wasser gefüllt. Ja. Ich habe die Pfanne mit Wasser gefüllt. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ja. Das Seil habe ich auch genug. Die Hände sind plötzlich verdammt ausgerüstet. WTF? Oha, da ist das Meer, oder? Ja, ja. Wenn ich runterkomme. Ich habe den Kopf mit meiner Stimme. Das wäre nicht schlecht. Wie viel frisst der Typ? Ist er wieder Hunger? Mies, 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 mies. Das habe ich nicht so. Aber... Das ist mir. Ich habe ihn. Nein. Nein, da ist auch noch einer. Was, willst du Lust nehmen? Nein. Meins. Kann ich es nicht nehmen? Ah, ich muss eh drücken. Huch. Kannst du den Kopf haben, wenn du willst? Nein. Kannst du den Kopf haben? Ich nehme doch auf. Ich nehme den Kopf, wenn du das kannst. Ich nehme das bitte. Ich nehme an, lange schwimmen kann er nicht, oder? Schwimmen kann man auch schon. Einfach hier. Uah! Langsam. Was? Ach, nein. Hast du noch Platz für ihn? Hast du Platz für ihn? Ich weiss es doch nicht. Ja. Ja, das Inventar füllt sich langsam. Warte mal. Noch etwas Rüstung. Obwohl ich nicht weiss, ob wir es brauchen, ob da überhaupt jemand kommt. Ja, sag nichts. Hase. Das tut mir echt schön gekriegt. Ich sollte dringend etwas essen. Ja, weil ich auch essen sollte. Ich werde jetzt nicht wieder einen Snack nehmen. Ich habe eine Obergrenze. Ich nehme mal ein Häschen. Ich fühle mich gefangen. Ich habe einen Möwe. Ich habe einen Möwe. Hast du dich nicht gefressen? Nein, ich habe einen Äschen gefressen. Hä? Ja, ich... Ich habe einen Möwe-Kopf in den Fingern. Wo hast du ihn? Schau dich an. Nein, gib mir nicht immer. Gib mir nicht mehr. Nein. Ich weiss es vor allem. Voll. Wo haben wir das Gebüsch? Ich habe hier noch eins. Oh, hier. So. Ich gehe immer schön vergraben. Ja. Sicher? Nein. Da ist nur ein schöner Aussehen. Das ist wirklich ein Schuss. Wauw. Wauw! Hier ist mehr. Wie ist das? Wann! Aber. Das ist nicht sicher. Schwimmst du ein Tunnel? Es muss immer in einer Wäsche sein. Was machst du? Nur bevor ich dich rinke. Ja, du laufen wieder zum Haus zurück. Gut. Wir haben ja eh viele Teile. Ja. Kann man das Zeug im Inventar bis heute deponieren? Oder geht das dann weg? Nein, deponieren kannst du... Ja, du kannst den Ding bauen. Für einen Medizinenschrank und so weiter. Ja, machen wir schon etwas. Und Medizin kann man immer brauchen. Nein, ich kann ihn nicht mitnehmen. Aha, danke. Hier wäre das Haus auch noch geäbig gewesen. Ja, nur kaum von ihm. Ja, stimmt. Was schmeisst du da? Ja, ich probiere Steine aufzunehmen, was es geht. Heulurch. Ja. Hast du jetzt gerade noch nicht geschlagen? Ja, ich habe einen Stick gebraucht. Ah. Aber es geht auch nicht mehr. Ja. Boah. Das ist mal ein Baum. Ja, das ist ein heiliger Baum von dir geboren. So? Ja. Wie blöd, dass das hier rumliegt. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Ich habe gemeint, das Flugzeug. Ja, da brauchen wir ja eh nicht mehr. Wir haben eine Pfanne. Ja, das schon. Aber es ist doch noch ein paar Sachen mitnehmen können. Ja. 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 Ja, da. Ja. 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 Ja, wie bist du so schnell nach oben gekommen? Ja, ein Tiermann. Das Tierkwinn. Ja. 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 Ich schaue nach dem Schrank. Keine Ahnung wo das ist. Wir hätten uns auch ein Baumhaus machen können. Das hätten wir auch. Das ist ein Small-Kabinett oder ein Large-Kabinett? Das habe ich vorhin auch gesehen. Ich weiss nicht was das ist. Ich glaube ein Large-Kabinett ist es. Kann man das Eishaus bauen oder muss man das alles draussen machen? Das ist auch drin. Ich glaube drin wäre es auch etwas besser. Es gibt nicht so viele Plätze. Doch wieder acht Bäume. Also acht Loks. Bist du schon am Bauen? Ich habe es draussen hergestellt. Ich habe nicht das letzte Mal hier irgendwo ein paar Stämme deponiert. Da sind ja alle weg. Nein sie sind gleich weg. Ja sie sind gleich weggegangen. Den soll ich mal behalten. Dann sind sie bald. Ja stimmt. Ich habe nicht die Stämme hier. Ich habe nicht die Stämme. Ich habe hier nicht die Stämme. Jetzt wäre ich fast unter dem Baum. Tja. Ja. Hier. Wo ist die Bank? Da! Wann ich da gefällt, Ka? Ich habe dich nicht gesehen. Der hat mich nicht gesehen. Ich bin ja süß. Ich bin ja süß. Ich bin ja süß. Ich bin ja süß. Nein. Keine Ahnung, du. Ach, nein. Da sollte man sicher nicht extra wieder eine Pumpe fallen, weil ich gar nicht gemerkt habe, als ich da gefällt habe. Jetzt überleg ich hier. Oh, du machst da schon eine kaputt. Das muss ich nachher bringen. Kopf, die meine Stimme ist ein Fuch. Juhu. Kann ich mit? Nein. Kann ich mit? Boah, ist doch hier die Scheid. Ich muss gleich mal auf der Bank sitzen, und dann schaue ich, wie die Ausdauer hochgeht. Nein, ich will nicht so da. Ah ja, alle Medis weg. Oh. Einfach ein Medischrank. Ja, willst du es noch kaputt machen? Ja, der falsche Taster. Wenn man zwei so da sind. Ja. 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 Ja, das ist so schwer. Ah du... Ich bin gerade auf der Haas hier. Ich bin gerade hier auf der Haas konzentriert. Ich bin gerade hier auf der Haas konzentriert. Es ist da. Das ist da. Hey, 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 hey. Hey. Scheisse, ich habe schon wieder Hunger und Wurst. Ja. Ich muss trinken, ja. Ah. Du hast nur deine Pfanne da drauf. Wie weiss. Ah ja, du. Jetzt hast du gesoffen oder was? Tja. Tu deine drauf ab. Ich werde sie holen. Hey. Hey, wieso zeigt es nichts? Hallo? Was ist? Es zeigt nichts an, was ich da kann. Ja. Vielleicht kann man das auch nicht trinken. Ja, wenn man das nicht trinken könnte, könnte man es ja in die Pfanne. Egal. Ich muss es eh für oben machen. Also ich glaube das Wasser ist... Du kannst es nicht trinken. Easy. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. So, noch schnell spiegeln. Ja. Aha, schlafen kommen noch nicht. Ja, ich gehe fertig. Ah, schon? Ja. Oh Mann, ich muss noch essen. Und ja, nicht im Inventar. Und ja, nicht im Inventar. Ah. Ich schlafen. Vielen Dank. Was? Was? Hast du jetzt meine Haare noch? Nein, meine Leuch liegt hier neben uns. Nein, du hast meine Haare fest. Ich habe gar nichts gegessen. Ah, ich habe es wieder. Ja, gib meine Leuch. Ah, jetzt ist ja schon ein Feuer da. Mann, 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 Mann. Was? Mann, Mann. So, jetzt gehts mir wieder besser. Hey, was soll? Du kannst abmoderieren. Ja, in diesem Fall. In diesem Fall, danke fürs Zuschauen. Hoffentlich erleben wir nächstens ein wenig mehr. Einmal Einwohner. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.